so Retter waren die Recher und Siegern und Hetzig Willkommen zurück zu äh Letzfaden mit dem Erden Text bei die Lühle heid so geiles Sau ich will den Zufall ich bin der Einzige der den Zufall will Demokratie nein bitte nicht doch Demokratie das ist wohl die Diktatur hier okay oh man dieser Krieger 00 Sommer abfällt soll sich mal verpissen Alter ich mag den nicht wir machen jetzt Jagd auf den Nelass es lieber der Kiltich und Express okay durch den Aufsatz von Mannschaft können sie besser durch Becker durchschießen ja deswegen habe ich auch vollmantel drauf Max Cris ich nicht Express Los Angeles so sieht also Los Angeles denn echt aus ja Ladescreen so hey guck mal da kommt ein Zug und ich äh stehe davor verdient euch euren Sold pöp euren Sold ihr bezahlt mich doch so oder so egal was ich mache ey lauf da ach Mist hat die Ampustung so da ist einer lang gelaufen der kommt definitiv jetzt darunter Alter, what was that was? Ach, okay. Das ruckelt so scheiße. Weißt du, sonst läuft's flüssig. Ernsthaft? Nein, das sah gerade so aus, als ob ich dich und den erschossen hätte. Wie geil. Ja. Ist ja fast so gut wie unser gestern, als die Vorräte kamen. Oh, das hättet ihr sehen müssen, das war so geil. Wir haben gestern auch nochmal eine Runde gespielt. Und, pass auf, da kam Nachschub von ne Gegner, ne? Und wir haben gedacht, jawohl, wir jetzt können unsere Muni aufladen. Wir kommen, die Kiste geht auf, was steht direkt vor uns so ne beschissene Drohne, Alter. Ja, und die hat uns ziemlich kaputt gemacht. Ich steh da nur so. Diese, ich weiß nicht, wie heißen diese Drohnen? Diese Art Kettenfahrzeuge, versteht, wisst ihr? Diese Art, die stand da auf einmal. Tötet immer. Achtung, von hinten. Nein! Ich hasse das, mit dem Messer kann man so schlecht zielen. Hast du gerade ein Messer benutzt? Ja. Schwul. Ja. Scheiße! Alter, uns wird die Konzertion. Wir machen auch nach dieser Folge dann Schluss für die Aufnahme-Session, das reicht erstmal. Ich hab nämlich allerlei hochzuladen. Deponia, Bioshock und, äh, hier Dingens, äh, Koller. Koller-Lalalalala-Duty. Ich höre Alarm. Irgendwas stimmt hier nicht. Aua, ich bin tot. Das stimmt hier nicht. Meiner. Aber man, da war noch so viel Monit und nicht idiot. Das ist so ein Scheißreflex, wenn ich jemand gekillt habe. Ja, dann, let man nach. Ja. Hä, wie hat er denn jetzt getötet? Er mich hat auch getötet. Auch durch den Tunnel. Geht zum Finanzamt. Äh, was will der da? Äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber geh einfach hin. Vielleicht kauft er sich ein Gehirn oder so. Gehirn 96. Äh. Ich schwöre dir irgendwann in der Zukunft, das gibt's bestimmt Gehirne zum Kaufen. Oh man, warum hab ich keinen Assis? Achtung! Ja, die spielt. Du bist eh, du hast ausgelöst. Was nicht? Schau. 2 km fährt für die Weg. Ey, ey, ey. Ey, ey. Da. Monro. Oh, ich sage jetzt mal Es wird das gelöst. dabei auf durch alle am Mann Leute so direkt vor mir auf den Zügen gelangen hast du den erschossen Parklebo alter habe ich mich erschrocken durch die Gesine wo er schon drei Leute ins Leben getötet die E zwei Leute ja wohl Pro Gaming auf neuem Skill warum springst du gegen die Wand äh weil ich Spaß meiner als Maul Hunter Killer Hunter Killer weg damit wie setzt du die ein mit Tabulator habe ich die ich habe die Dingens geändert die Dingens Zeugs du weißt schon meine Drohne fliegt immer noch weiß leider nicht wie das geht bei mir ah da ist ein Tod und ich rüber ganz schnell durch ja Blitzschlag alter ja ich will da rein jawoll ein Blitzschlag alter jawoll wie viel habe ich gekillt gar keinen gell scheiße schlecht nein da habe ich mal die Chance und was mache ich daraus ein Apfelkuchen Weitschuss nein Scharfschütze uiuiui ja immerhin das ist hallo Prophet verbündete Drohne näher sich auch im Gang lebt er noch nicht also ein halbes geblütet ja das war der du Arsch das war mein oh hier sind ganz viele meiner da sind mehr als einer glaub mir kommen noch 10 Tode du oder ich Bitch dreckige Motherfuckers Alter da habe ich das erste Mal in meinem Leben Blitzschlag gehabt wie geil aber ich habe keinen getötet ey das ist so ärgerlich hm ich glaube ich da runter wird wo stimmt was was ein Glitch Glitchig oh da ist was kaputt ich habe den Putt gemacht nein ah das war so knapp fast hätte ich den getötet ah dieser scheiß Rückstoß von der je Krieger ist das letzte Mal gestorben er hat es auch verdient ja der Krieger der Arschloch jawoll hey so gut war ich gar nicht äh so schlecht war ich gar nicht ja sagst du okay gut wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession mal sehen ob der Herr Dreamtix dabei ist geil ich habe einen Millimeter Scanner für die V10 schön für dich feeeet freust du dich jetzt ja ja raus on the lobby oh du bist schon weg ja ich bin schon weg so und wir sehen uns dann in der nächsten Folge mal sehen wann die wieder kommt ich glaube ich werde jetzt wieder eine längere Pause machen und dann ja willst du das Abschluss Wort okay tschüss Geil so emotional bei so was ist sie du siehst hier die Endcard von meinen Videos unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar auf YouTube Facebook Twitter Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar schreibt mir PNs oder sowas was zu gut findest was nicht liken abonnieren irgendwas und wir sehen uns dann im nächsten Video freut mich wenn du wieder dabei wärst was ist Untertitelung des ZDF, 2020